So habe ich heute also dem Präsidium und dem Bundesvorstand meiner Partei der CDU Deutschlands gesagt, dass ich bereit bin, auf dem Parteitag in Essen am 6. Dezember erneut für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands zu kandidieren und in meinem Verständnis untrennbar damit verbunden, damit auch noch einmal bei der Bundestagswahl 2017 für das Amt der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.